Ahoi! Willkommen zu Schiffe made in Fegesack. Das hier ist nicht nur ein Vortrag im Sitzeln, nee, wir machen das auch am Land und zwar als Rundgang in Fegesack. Auch gerne vor Ort. Da hat Hallo Person Fußtörendampfer an, aber das gerne mal vor Ort. Vielleicht können sie mal einen Rundgang in Fegesack machen und dann vielleicht etwas essen oder so. Wir haben hier Schiffe made in Fegesack. Dieses grüne Dingelchen, das ist die Alexander von Humboldt. Der erste ist ja gebaut worden, also eine sehr besondere Burg bei der AG Wieser und die zweite, die hat ja dann auch klitzekleine Beziehungen zu Bremen Nord. Aber das Teil eines anderen Vortrags. Wir nehmen heute jetzt mal ein bisschen die, oh man, Schiffe made in Fegesack. Das ist ja ein sehr beides Thema. Wenn Sie hier einer von denen sind und das können sie auch gerne zurecht sein, die sagen, oh, da wollen wir jetzt noch eine vollzählige Aufstellung da. Nee, das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Wir können hier ein bisschen Lust machen, dass sie vielleicht auch mal, vielleicht suchen sie ja und vielleicht brauchen sie noch ein paar Hinweise, wo sie noch suchen können. Also wir, ja, klar. Guck, man kann bei solchen Suchen, man kann ein Museum anfangen, logisch. Nee, da brauchen wir nicht bis nach Bremerhaven. Das geht auch ein bisschen näher. In Schwachhausen gibt es ja das Primische Museum für Landesgeschichte, das Focke Museum und da gibt es eine große maritime Schausammlung. Ja, die gibt es. Man neigt dazu, im oberen Teil immer nur durchzulaufen und ins Magazin nach unten nicht zu gehen. Aber das sollten Sie dringend tun, denn das ist toll. Wirklich toll. Und das von Bildern, Tellern, Dioramen, Navigationsgeräten und, und, und. Da gibt es übrigens auch ein dementsprechendes Buch dazu. Sie können das auch fein mit nach Hause nehmen. Kein mal gesunde Kabelze ist das nicht. Das ist ein tolles Buch, sehr informativ. Und da kann man zum Beispiel mal anfangen mit so einer Suche Schiffe made in Fegesack. Denn da taucht oft der Name der Werft auf, auf die sich in Fegesack befunden hat, nämlich die von Johann Lange. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang mal eben so weitermachen. Zitat. Das Werk will in Erinnerung zurückrufen, in welcher Weise Schiffbau, technologischer Wagemut und wirtschaftlicher Sachverstand im Unterwieserraum nicht zuletzt in Bremen positiv beeinflusst waren von Persönlichkeiten, die nicht dem gestrigen Verhaken, ohne dabei schützenswertes Preis zu geben. Zitat Ende. Gut. Völlig zu Recht können Sie jetzt erwarten, wer hat das denn gesagt? Das sage ich Ihnen gleich. Wir wollen ja noch mal eben was weiteres zu hören. Zitat. Regionalgeschichte ist heute leider immer noch Außenseiter-Thema. Ähnliches kann man vermerken, wenn es um die Darstellung von Arbeit und Leistungen von Persönlichkeiten einer gar nicht zu lang verflossenen Zeit geht, die geschichtlich nichts Spektakuläres, aber für die Region Hervorragendes geleistet haben. Zitat Ende. Wer sagte das? Hans Koschnik. Ja. Wo findet man das? In dem Buch Die Weser. Äh, Weser. Was ist Weser? Ähm, Die Weser ist ein Schiff. Ja, klar, auch ein Fluss. Aber die, ähm, sagen wir es mal so, Die Weser ist, äh, wo der Jugendherberge im Zentralbretchen, da finden Sie übrigens einen Nachbau der Weser. Das nur, damit Sie mal wissen, um welches Schiff es geht. Da ist nun, ähm, in dem Buch Die Weser ist nun die Rede von einer wagemutigen Persönlichkeit. Und das war der, Herr Schröder. Würde ich Ihnen jetzt ein Bild zeigen, würden Sie sagen, äh, ja, würde ich Ihnen das Bild zeigen, ohne den Namen vorher gesagt zu haben, würden Sie sagen, hm, und? Das ist ja immer so. Man hat kein Gesicht dazu, Namen vielleicht schon, aber Gesicht dazu eher nicht. Friedrich Schröder, Kaufmann und einer der guten Kunden von Herrn Lange, der Werft Lange. Der hatte ja schon viele Heringsfängerschiffe bei Lange in Auftrag gegeben, und so war, nach Schröders Warnung, Lange der Richtige für den Bau eines der ersten Dampfschiffe Norddeutschlands. Beschrieben klingt das Modell so, Zitat, Deck und Aufbauten sind Holzfarben, um den Rumpf zieht sich ein schwarzes Band, umsäumt von schmalen weißen Streifen, während die Radkästen und das Unterschiff grün gehalten sind. Mast und Schornstein stehen dicht hintereinander, Zitat Ende. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt sagen, ach ja stimmt, dass dieser Nachbau vor der Jugendherberge, der sieht tatsächlich so ein bisschen sonderer aus, mhm, da können Sie übrigens drauf übernachten, und der ist, das ist auch mal ganz angenehm, auch ruhen. Und längst wurde das Ganze auch zu einer Briefmarke verarbeitet, und zusammenfassend kann man sagen, dass die Weser für Johann Lange ein Prestigeobjekt war, denn davon hing viel ab, und letztendlich bedeutete sie den Grundstein für eine gewaltige Entwicklung bei Johann Lange. Das Schiff an sich war ja gut, aber die Weser, also der ging es ja nicht so gut, also dem Fluss jetzt. Die stetig fortschreitende Versandung machte es nicht nur der Weser unmöglich, einen regelmäßigen Fahrbetrieb aufzunehmen, also dem Schiff, sondern auch anderen Schiffen. Vor allen Dingen kann man gar nicht mehr bis nach Bremen hin. Mit welchen Schwierigkeiten die Kapitäne da teilweise zu kämpfen hatten, das wäre, wenn es noch nicht da ist, dann finden sie es demnächst, auf den Vortrag auf den Spuren der Gruner Kapitäne. So, stehe fort Spuren. Nehmen wir doch mal weitere Spuren vom Schiffen made in Figesack auf. Wenn wir jetzt unten an der Figesacker Promenade, da stehen unterhalb der Flosse, der Fluke, dann stößt man ganz oft auf, er baut bei Johann Lange, weniger oft auf, er baut bei Jürgen Sager. An ihn erinnert noch die Sagerstraße. Sein Betrieb, ja, da ist beim Fähranleger, da genau. An den Herrn Lange erinnert jetzt auch gar nicht mehr so viel, aber in der Schausammlung des Focke-Museums, da kann man etwas finden. Und da ist nämlich mit Lange, großes Bild, Leinenbild, und da sind auf Leinen gemalt, und da sind alle Schiffe drauf, die je bei Lange gebaut wurden. Und da heißt es in dem erwähnten Buch über die Schausammlung da im Focke-Museum, da heißt es, im Jahre 1842 unter Anleitung gemalt von Hugo Schlievogt aus Oldenburg, Schiffbaulehrling in unseren Geschäften. Ja, da ist, also mit dem Sager, die Sagerstraße mit dem Lange, da haben wir also dieses Bild. Bei Schlievogt, wenn Sie da gleich bei der Schlievogtstraße sind, dann muss ich gleich sagen, nee, das ist es nicht. Die ist nach dem Malermark Schlievogt benannt. Und Hugo war ja, wie gesagt, Lehrling auf der Werft. Und dieser Hugo, der wird später eine Werft in Liebau in Kurland betragen. Auch auf der wurde die Bremer Barg E.O. losgebaut, im Jahre 1849, aber wir machen ja nicht was in Liebau, sondern Schiffe mit in Fegesack. Wenn Sie sich ein wenig auskennen, dann warten Sie sicherlich auch auf den Namen Ulrichs. Ja, zu dem kommen wir gleich. Wir haben natürlich, also wenn wir rüberschauen auf die andere Weserseite, da ist, heute kommen ja die Kunden aus der ganzen Welt auf die andere Seite der Weser, um sich da ihre Schiffe bauen zu lassen. Da haben wir ja zwei Werften, Abbeking und Rasmussen und Lürssen. Kommen wir gleich auf die Tatsache, wie das überhaupt mit Lürssen denn mal angefangen hat. Klären wir doch erstmal, wie und wo das genau war. Heute gibt es am Aumundermarkt noch eine kleine Straße, die den Namen Friedrich-Lürssen-Straße trägt. Also, wenn wir das unter heutigen Aspekten zusammenfassen würden, dann könnte man das sicherlich so beschreiben. Ein junger Mann, glaubt felsenfest an sich, gründet ein Schiffbauerstart-up weit vom Wasser weg, weil woanders gab es keinen Platz. Werkzeug hatte er auch ein bisschen, auch nicht so aber richtig und da würde man heute gleich sagen, Junge, das klappt nie im Leben. Brauchst du gar nicht machen, das ist zum Scheitern verurteilt. Aber er hatte eins, er hatte den unumstößlichen Glauben an sich. Er ist 25, als er 1875 sein erstes Ruderboot baut. Also, vielleicht, es gibt da in der Stadt so eine Universitätsbibliothek, gibt es eine tolle Zeitung, die heißt Der Schlüssel. Die kann man sich da ausleihen, die kann man da angucken und die gibt es schon da jetzt gerade nicht mehr so. Und in der Ausgabe aus dem Jahr 1975 findet man da übrigens ganz anschaulich die ersten 100 Jahre des Unternehmens noch einmal leicht verdaulich zum Erwähnen brauchen wir nicht, dass der Name Lürsen für hohe Qualität steht. Und bemerkenswert ist aber auch der unumstößliche Glaube des Gründers an seinen Erfolg. Wegweisend ist sicherlich auch die Erkenntnis gewesen, dass es sich lohnen würde, den Otto-Motor genauer zu betrachten, als ob man den nicht mal an so ein Boot außen dran bummeln könnte. Ja, begünstigt wurde dieser Entwicklungsschritt durch die, wie heißt es da in der Zeitschrift, Zitat, harmonische Zusammenarbeit zwischen dem Bootsbauer Friedrich Lürsen und dem industriellen Daimler, Zitat, Ende. Dabei kam, wie heißt es, die Entwicklung des ersten betriebssicheren deutschen Passagiermotorboots heraus. Es hatte 1,5 PS, also vollständig angetreten, einen Daimler-Motor und 1890 hatte das Schiff einen Termin auf dem Hollersee im Bremer Bürgerpark. Denn da war die Jungfernfahrt. Nun sei ja die Frage überhaupt aufgestattet, wenn, also es kommen ja auch die Richard and Famous da hin. Also, um sich da, wie kommen die da hin? Da wird ja keiner irgendwo eine Anzeige in den Norddeutschen gelesen haben. Juhu, jetzt müssen wir da mal hin. Nein, nee, das ging vermutlich ein bisschen anders. Man kann das ein bisschen nachvollziehen über das Online-Archiv des Visa-Kuriers. Da muss man ein bisschen hartnäckig sich so reinsuchen, aber da kann man was finden. Und die Erste, der da überhaupt hinkam, das war der Herr Horten. In unseren Tagen vielleicht haben wir, wir hatten ja mal dieses große Kaufhaus, Horten. Genau, der ist das. Und der Kaufhauskönig, der kam 1971 an die Visa und bestellte sich die Carinthia Nummer 5. Ähm, ja, das war ein tolles Schiff. Gar keine Frage. Auf der Jungfernfahrt traf die Carinthia 5 einen Felsen. Und dem Felsen hat es nicht ganz so viel, der Carinthia 5 schon mehr. Das brachte aber auch gleich, lösen ein Folgeauftrag ein für die Carinthia 6. Exakt. Dass danach ein Superlativ auf den anderen folgte, das kann man den Maritimen Medien durchaus und auch der Norddeutschen wie mit dem Online-Archiv entnehmen. Schwierig genug ist es tatsächlich mal Kunden rauszufinden. Aber da haben wir zum Beispiel den Herrn Ellison. Ein Milliardär. Da wären schon den schon. Seit Jahren nur im vorderen Teil der Forbes-Liste zu finden. Ferner hat der Mann wohl auch ein fantastisches Navigationsgerät. Der findet tatsächlich 2007 den Weg nach Fegelsack. Manche aus Zentralbrüben kommen gar nicht hierher. Aber der gleich, zack, der Ellison kommt da hin. Und er bestellt die Rising Sun. Das Bild finden Sie übrigens auch im Internet. Und da ist auch ein schönes Bild. Die Rising Sun vor der Halle bei Lürssen und vor der Halle in Stockholm. Macht sich sehr, sehr gut. Und auch in Stockholm. Weil irgendwo auf dem Schiff ist ja immer ein kleines Tiefelchen made in Fegelsack. Wenn Sie jetzt sagen, ja prima, das ist ja nun auf der anderen Seite da drüben, ja, da stimme ich Ihnen ja nun zu. Aber wenn Sie auf der Fegelsack-Seite an der Fähre stehen, das Gebäude da an der Hafeneinfahrt, was steht da oben drüber? Lürssen. Lürssen hat ja auch auf der Seite der Weser. Also durchaus ja die Verweilung sitzen. Natürlich wollen wir nicht so tun, als wenn Lürssen der Einzige ist. Nee, nee, der besondere Schiffe baut. Da gibt es ja direkt nebenan A&R, Abbeking und Rasmussen. Das fällt natürlich auch unter Schiffe made in Sichtwarte von Fegelsack. Aber da gibt es eine Verbindung zu dem erloschenden Vulkan da hinten. Die Vulkanwerft da hinten beim Ulrich Selken. Nebenbei, einfach ist das nun nicht etwas über die Chroniken der beiden herauszubekommen. Einen der Hauptgründe liefert uns Hermann Schädler im Vorwort dieses Buches. A&R, die Kunst des Schiffbaus. Da heißt es, Zitat, um sich eine lange Unternehmensgeschichte vor Augen zu führen, muss man zurückblicken. Eine Haltung, mit der wir zugegebenermaßen wenig Erfahrung haben. Zitat Ende. Das Motto, Navigare nekese est, vivare non est nekese, gilt für A&R auf jeden Fall. Doch das kleine Latinum reicht? Segeln ist nötig, also Schifffahrt ist nötig, Leben nicht. Überlegen Sie bei dem Namen Schädler. Nein. Sein Opa ist R.Henri Rasmussen genannt, Jimmy. Der wollte von klein auf nur eins, Schiffe zeichnen und bauen. Also konstruieren. Das hatte er wohl wiederum von seinem Opa geerbt. Dass er dafür seine Heimatstadt in Dänemark verlassen und studieren musste, ist klar. Er schreibt sich in Kopenhagen ein, aber nach dem Studium kam es ganz anders. Er wollte ja in die USA, aber seine Mutter war es, die ihn davon abgehalten hat, durch den Hinweis, denn sie sagte zu ihm, bewirb dich doch mal beim Burkamm. 1892 war das. Und der frischgebackene Schiffballingenieur ahnte gar nicht, was das für ihn für ein wichtiger Schritt werden sollte. Im Archiv, im Online-Archiv des Visa-Kurier findet man in einem Artikel zu 50 Jahre A&R folgende Aussage von ihm zu seiner Zeit in Bremen-Nord. Als ich damals bei Schümer und Jensen tätig war, bekam ich vom Bremer Vulkan einen Brief, ob ich nicht Lust hätte, nach Fegesack zu kommen. Da ich noch jung war und schon gehört hatte, dass der Bremer Vulkan eine aufblühende Werft sei und Fegesack ein hübsches Städtchen, beschloss ich, Tönning lebe wohl zu sagen. In dem Café und der Konditorei von Petersen fand ich eine nette Bude, und wir haben dort viel Spaß gehabt. Die Zeit, die ich in Lobbendorf verbrachte, war, glaube ich, wohl die schönste, die ich als junger Mann in Deutschland verliebt habe. Mit seinem Studienfreund, dem Maschinenbauer-Ingenieur Georg Abbeking und Rasmussen, wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit. Das war 1907. Mehr Beachtung hat in den Chroniken zum Jahr 1907 sicherlich die Gründung des Weltsieglerverbandes gefunden, aber Henry Rasmussen war das völlig egal, denn spätestens jetzt war er davon überzeugt, dass der Segelsport sich zu einer exklusiven Trendsportart entwickeln würde. Georg Abbeking verließ den Betrieb zu Beginn der 20er Jahre wieder, den Grund, dafür müssen wir ihn noch schuldig bleiben. Während seiner Zeit beim Wohlkampf nahm Rasmussen schon Privataufträge an, und so kam der zweite Auftrag von Professor Nagel aus Fegelsack, dem damaligen Direktor des Realgymnasiums. Im Gegensatz zu Lürsen war Henry Rasmussen es selbst, der sich den Kontakt zu seinen Kunden aufbaute. Denn er selbst, Rasmussen war passionierter Segler, und er ließ es sich nicht nehmen, regelmäßig an Regatten und Segelwochen teilzunehmen. 1927 lieferte er sogar zehn seiner Jachten nach New York aus und legte so den Grundstein für den A&R-Kultstatus unter den amerikanischen Seglern. Nebenbei A&R haben dann auch die Segelschiffe für die Olympiade in Helsinki gebaut. 1954 spielte Opa mal wieder eine ganz wichtige Rolle. Nur diesmal war Henry Rasmussen selbst der Opa, der seinen Enkel fragte, was er denn nun mal werden möchte. Und dieser Enkel genau, Hermann Schädler, antwortet kurz und bündig, Schiffbauer. Irritierend ist sicherlich auf den ersten Blick, dass Hermann Schädler der Norddeutsche aus Kalifornien ist. Ja, das ging so. Rasmussens Tochter hatte sich in einen Deutschen verliebt, der nach Amerika auswandern wollte und es auch gemacht hat. Glückliche Umstände waren aber wohl am Werk, denn als Rasmussens Tochter ihre Tante in New York besucht, trifft sie unter tausenden von Reisenden gerade diesen Deutschen ihre große Liebe wieder. Und darauf beschließen beide, gut, dann ist das so und dann machen wir das jetzt, sie heiraten. Und so kommt es zu Hermann Schädler, dem norddeutschen Amerikaner. Der Enkel Schädler kommt zum Opa und lernt bei A&R. Schneller als ihm lieb ist, muss er ran, denn 1959 verstirbt Henry Rasmussen an den Folgen eines Autounfalls. Er war auf der Heimfahrt aus dem Urlaub, als sein Wagen zwischen Hannover und Bremen von einem Lastzug mitgerissen wurde. In seinem Nachruf im Wesergrüe stand zu lesen, dass er nicht nur der Besitzer einer Schiffswerft war, sondern in Seglerkreisen galt er als der große alte Mann des Bootsbaus schlechthin. Also Hermann Schädler musste flott ran und er musste Verantwortung übernehmen. Und ihm ist es gelungen, den Betrieb breit aufzustellen. Rotec, SWAT und schnelle Yachten sind da sicherlich nur einige Stichworte. Gerne hat Schädler so die Geschichten rund um seine Kunden erzählt, aber oft endete er mit den Worten, ich kann jetzt nicht weitererzählen, die Leute leben ja noch. An dieser Stelle wollen wir jetzt auch nicht weitererzählen, sondern widmen wir uns mal wieder unserem Thema Schiffe made in Fegesack. Wenn wir also in Richtung, also im Stadtgarten so ein bisschen weiterlaufen, dann kommen wir ja da mal an die Stelle, wo der Fegesacker Balkon ist. Lassen Sie mich das mal so anfangen. Wir machen uns heute über die Geschichte oder vielmehr über die Lebensumstände damals nicht so viel Gedanken. Heute sehen wir überall den Sparzwang, weil die Leute sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten können oder weil es um Gewinnmaximierung geht. Bei der Lektüre des Buches Schiffe aus Bremen stolpert man oft über die Tatsache, dass hier in Fegesack auch viele Schiffe als Vollschiff gebaut worden sind und dann zu einer Barg umgetakelt wurden. Und dahinter steht, wie in den meisten Fällen wohl, die Personalersparnis. Damit wir Landsraten uns das ein bisschen besser vorstellen können. Also ein Vollschiff ist ja nun voll getakelt auch. Und wir hatten da in Bremerhaven mal noch ein, also da hatten wir auch eine bekannte Barg, die ist, wenn man sich das so ein bisschen vielleicht über Bilder, Bilder im Internet gibt es ja noch, da können Sie sich den Unterschied nochmal deutlich machen. Also Vollschiff, mehr Masten, mehr Segel und Barg, weniger Masten und die Segel bummeln so ein bisschen anders. Kommen wir in diesem Zusammenhang nochmal auf das Thema Auswanderung. Da haben wir also, da ist unter anderem bei Ulrichs auch das Vollschiff Japan gebaut worden. Und am Steuer stand der Kapitän Oltmanns und der hatte viel Kummer mit der Japan. Auch wenn der Rumpfsee elegant war, aber Wänden oder Halsen ging nur, wenn die Barcantine es gerade wollte oder der Wind dafür, also der ihr schmeckte. In Auftrag gegeben hatte der Schiff, der Kaufmann Tilman Grommet. Der war Bremer Kaufmann und wohnte in St. Petersburg und deswegen ist da oben, wenn Sie Bilder von der Japans sehen, auch die russische Fahne dran. Ach ja, da haben wir ja in dem Zusammenhang auch noch, was sagt Ihnen denn Gildemeister und Ries? Möchten Sie jemanden anrufen? Kann ich total verstehen, weil das ist irgendwie fast gänzlich vergessen. Bevor wir damit weitermachen, wir wollen uns da aber noch mal eben bei diesen Schiffsbildern noch mal eben ein schnell vor Augen führen, weil Schiffe mit im Fegesack, wir können das auch genauso gut sagen für Schiffsbilder mit im Fegesack. Denn es gab ja damals auch den Beruf des Marinemalers und Marinemaler machten eine Profession daraus, diese Art Bilder zu erstellen. Das sind Namen, wie Fehler Senior und Junior dürfen da nicht fehlen. Auch der Name der Jabburg-Brüder soll hier erwähnt werden. Jabburg. Oldmann Jabburg hat es gemalt, sein Bruder Adi war auch Maler, aber er verfolgte eine ganz andere Richtung. Zusammen haben sie übrigens gut Porträts gemalt, also der eine konnte gut Gesichter und der andere gut den Faltenwurf und so haben sich die Brüder da bestens ergänzt. Vorwiegend während der Sommermonate haben sie damit mit diesen Porträts Geld verdient, um sich zu finanzieren. So, denken Sie an die Jabburgstraße schon die ganze Zeit? Ja, genau. Die ist praktischerweise nach beiden Brüdern benannt worden. Aber jetzt zu Gildemeister und Ries. Nach denen ist nichts benannt worden bisher. Die Herrn August Wilhelm Gildemeister und Ludwig Ries waren ursprünglich Waffenbrüder. Der Herr Ries entstammte aus einer hessischen Offiziersfamilie und der Gildemeister eben aus der Familie Gildemeister. Obwohl von August Wilhelm Gildemeister ist der Vorfall Johann Gildemeister. Unser Otto Gildemeister, der kommt aus der Linie des Bruders Johann Friedrich Gildemeister. Das nur eben zur klitzekleinen Verwirrung. Sie verzeihen für diejenigen, die da nochmal eben den Ansatz brauchten, diesen kleinen Hinweis nebenher. Dass die beiden zu Teilhabern wurden, ist indirekt auf die Franzosenzeit in Bremen zurückzuführen. Mondeu, ja. August Wilhelm hatte nach dem Krieg seine Kontakte in den Südstaaten der Vereinigten Staaten wieder aufgefrischt. Da kam er zu dem Schluss, dass es wohl ein lohnendes Geschäft für Bremer Rieder werden könnte, wenn sie Baumwolle und Tabak nach Bremen bringen könnten. Und da kommt der Name Ludwig Ries ins Spiel. Der hatte am Mississippi ein Verkaufsgeschäft aufgezogen. Glückliche Umstände führten beide zusammen und sie mussten ein bisschen geduldig sein, denn in Europa vielmehr die Welt begann sich erst langsam wieder von den Franzosen zu erholen. Im Volksmund waren die Schiffe von Gildemeister und Riese auch bekannt als die Grauen Esel. Und in der Schausammlung des Focke-Museums gibt es ein Schiff, diesen Grauen Esel. Der Name ist übrigens auf den Rumpf zurückzuführen und mit dem Schiff bauen. Als es dann ja nun wieder bergauf ging in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, da wusste das, was der Bremer Sint Nahrt seinen Rieder auch schuldig war. Die ersten Schiffe haben Gildemeister und Riese übrigens in Oslebshausen gekauft, bevor sie denn nach Fiegesack kamen, um hier bauen zu lassen. Es änderte sich aber noch was in der Seefahrt. Die Ausbildung zum Seemann beziehungsweise Steuermann konnte auch wieder aufgenommen werden. Einst hatte sich auch ein Gildemeister als dringend erachtet und so dringend sogar, dass sie auf Staatskosten vorgenommen werden sollte. Und das war das Haus der Seefahrt, damals noch in der Hutfelderstraße in Zentralbrim. An der Stelle in der Hutfelderstraße stehen sie heute gerne im Stau, weil das ist da am Brülder so ein bisschen und da kam dann, das war dann nach dem Franzosen ging auch das da wieder, aber auch das wäre Teil eines anderen Vortrags. Also, nehmen wir nochmal für den Ulrichstar ein ganz besonderes Schiff heraus, das war die Arminius, die wurde 1839 von Ulrichs in Dienst gestellt und die fuhr weltweit. Gildemeister und Ries, die hatten ihr Handelsgebiet erweitert und ursprünglich war es nur der mexikanische Golf, aber jetzt war es eben Ostasien, die Westküste Südamerikas und beide Küsten der Vereinigten Staaten. Die Arminius startete 1860 von Makao nach Bangkok, aber es kam nicht an. Man hat ein Jahr lang von dem Schiff nichts gehört. Man nahm an, das Schiff sei verunglückt. 1861 kam Nachricht nach Singapur. In Bangkok wäre ein englisches Schiff eingelaufen, welches an der kutschinesischen Küste ein Boot mit zwei Malayen aufgenommen habe. Sie sagten, dass sie im Sturm mit einer prima Bark verunglückt seien. Der Kurs war Makao, Bangkok. Malayen, Chinesen und Inder waren ja oft sehr arbeitsstark. Das muss man sagen, lesen und schreiben eher noch nicht ganz so und deshalb konnten sie den Namen des Schiffes nun nicht genau wiedergeben. Aber auch den Namen des Kapitäns wussten sie nicht. Anhand der Quellenlage konnte man aber sagen, dass es die Arminius unter Kapitän Nordenholz war. Tja, Sie merken schon, Schiffe mit dem Viegesack, wenn man anfängt zu suchen, wir sind da nicht fertig. Aber bevor Sie jetzt sagen, nee, nur reicht es aber für heute, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss und Sie können davon ausgehen. Demnächst tauchen hier noch weitere Vorträge zu dem Thema auf. Ahoi. 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 Vielen Dank.